Eine Woche nach der Niederlage gegen Imcht geht's für die Salzburger Austria gegen den nächsten Tiroler Verein. Gegen Kitzbühel mit dabei ist auch Max Eicher, Austria-Gönner und Namensgeber des Stadions in Max-Klan. Wir freuen uns immer über seinen Besuch und meistens bringt er uns auch Glück. Ja, die Niederlage in Imcht ist zwar ein Rückschlag im Titelrennen, aber die sollte mittlerweile verdaut sein. Leider plagen die Austria aber Verletzungssorgen, am Dienstag die Hiobsbotschaft nach dem Training Christoph Gruber fällt mit Kreuzbandriss, den er sich dort zugezogen hat, länger aus. Von dieser Seite aus auch gute Besserung. Gruber wurde am Freitag schon operiert, der Weg zurück kann also starten. Gar nicht mal schlecht dieser Kopfball in der Anfangsphase und auch wirklich nicht schlecht dieser Distanzschuss von Schweighofer. Ein guter Start, der wäre gegen die Tiroler natürlich wichtig. Bei denen gab es vor kurzem einen Trainerwechsel. Sean Caldwell ist der neue Mann an der Linie. Das ist kein neuer, der war schon mal beim FC Kitzbühel. Und diesen jungen Mann, den kennen wir auch alle ganz gut, Raphael Kogler. Der nächste Möglichkeit für die Austria, die er zu Beginn an den Ton angibt. Volkert raus auf Schweighofer. Der in die Spitze in Richtung von Milos Savic. Peter Widersch ist zur Stelle der Keeper der Tiroler. Foul an Marinko Sorda. Übel von hinten eingestiegen, gute Distanz aber aus dem Freistoß. Da schaut nichts Zielbares heraus. Auch die Tiroler kommen zu Möglichkeiten. Aber die enden meist relativ sicher in der neu formierten Austria-Abwehr. Nächster Vorstoß über die linke Seite. Tobi Moser enteilt da den Bewacher. Lässt den Torhüter stehen. Sein Ball schafft es aber nicht in die Mitte. René Zia, super gemacht. Flanke nach vorne. Da ist Schweighofer, Ball in die Mitte. Savic war da mit dem Kopf dran. Da wäre mehr drinnen gewesen. Eckball. Kurz darauf. Faustabwehr von Widers. Da ganz leicht zu bespielen ist der Rasen in Max Klan heute nicht. Relativ tief. Hat viel geregnet in letzter Zeit. Hat hier super gemacht. Toll entschärft diese gefährliche Situation von Matthias Theiner. Kitzbühel wacht jetzt ein bisschen auf. Da geht viel über den jungen Kogler. Bringt auch diesen Eckball rein. Schussmöglichkeit. Aber vorbei. Abgefälscht gibt nochmal einen Eckball. Gar nicht ungefährlich was sich da im Austria-Strafraum abspielt. Waldkogler nochmal mit der Hereingabe. Kopfball. Das war allerdings nicht der Tiroler. Das war Volkert. Gibt noch einen Eckball. Schussmöglichkeit. Naja, Schüsschen. Der ist nicht vom Ball zu trennen. Unseren Nummer 10. Marinko Sordal. Schlägt den Ball nach vorne. Ja, auch da wäre mehr drin gewesen. Sandmeier. In die Mitte. Da ist Windhager. Schneller Antritt. Links raus auf Tobi Moser. Flanke. Tor. Tor. Milos Savic. 33. Minute. Wunderschön platzierter Kopfball. Kaum was zu halten für den Keeper der Tiroler. Wir sehen es hier nochmal. Zack. Er ist mit den Fingerspitzen sogar noch dran. Aber der Ball im Netz, das ist die Hauptsache. Führung für die Salzburger Austria gar nicht unverdient zu diesem Zeitpunkt. Weiter geht's. Sandmeier direkt in die Hände des Keepers. Die Tribünen gut gefüllt in Max Klan. 1200 Fans heute im Stadion. Der Rückschlag im Titelrennen hat sich also absolut nicht auf die Zuschauerzahlen ausgewirkt. Und achten Sie jetzt auf diese Szene. Da krachen zwei Tiroler zusammen. Kurz darauf wird das Spiel unterbrochen. Denn Jonas Schmidt, die Nummer 20, bleibt da verletzt liegen. Muss lange behandelt werden. Und dann natürlich ausgewechselt werden. Nachricht aus dem Krankenhausgistern. Bruch des Oberkiefers und des Augenhöhlendachs. Von hier aus gute, gute Besserung nach Tirol. Das war's dann auch mit der ersten Spielhälfte. 1 zu 0 die Pausenführung. So kann's weitergehen. Allerdings knappe Partie. Der Austria hat viele Chancen liegen gelassen. Und in die zweite Halbzeit, da starten die Tiroler gar nicht so schlecht. Und hier gleich mal einen Eckball raus nach dem Fehler von Tainer. Gute Möglichkeit für die Flanke. Und Karlmann wird da im Fünfer attackiert. Deswegen abgepfiffen. Aber die Tiroler starten wie gesagt gut. Nächste Hereingabe. Schussmöglichkeit. Karlmann lenkt den Ball ab. Volkert bringt ihn raus. Und da sieht man die Probleme mit dem Rasen in Max Klan heute ganz deutlich. Da wo viel Schatten ist, da ist er natürlich besonders weich. Volkert sinkt hier ein. Knöchelt um. Und kann aber glücklicherweise kurz darauf weiterspielen. Da muss man jetzt auch gleich dazusagen. In der kommenden Woche wird der Platz entsprechend behandelt. Aber es ist halt Herbst. Da ist er, sag mal so. Weiter geht's hier auf Flanke von Tobi Moser. Geklärt von der Tiroler Abwehr. Ball über Volkert dann aber gleich wieder raus auf Schweighofer. Seine Flanke ein bisschen weit. Landet wieder bei Moser. Bisschen ungenau, was die Austria in dieser Spielphase zeigt. Volkert mit viel Einsatz. Der Ball war abgefälscht. Gibt einen Einwurf. Fonja sieht man selten von ihm, dass sich der Gegenspieler so durchsetzt. Und glücklicherweise deutlich über das Tor. Gar nicht ungefährlich. Und ausruhen darf man sich auf einem 1 zu 0 absolut nicht. Schweighofer hier alleine vor dem Keeper. Fußabwehr von Peter Widersch. Super gemacht. Ja, gar nicht super gemacht vom Verteidiger. Das nimmt ihm der Schiedsrichter nicht ab. Einwurf für Violett Weiß. Sandmeier. Wieder der Keeper in rot-schwarz dran. Dann gibt es eine Freistoßmöglichkeit für die Tiroler. Oh, wieder gar nicht schlecht geschossen. Und die Tiroler haben noch den Ball. Sandmeier unter Stürmer im Infight. Sandmeier gewinnt diesen. Dann wird gewechselt. Schiedermeyer kommt. Tobi Moser geht. Nächster Vorstoß der Tiroler. Über Kogler. Ein Schüsschen. Kein Problem für den Kasten von Kallmann. Schiedermeyer, kurz abgespielte Ecke. Zieher. Ah, Milos Savic. Hätte einfach nur den Fuß hinbekommen müssen. Naja, auf der Gegenseite. Die Tiroler gar nicht schlecht geschossen. Zu unplatziert. Zum Glück. Weiter geht's mit den Wechseln. Savic für Zottl. Und Dorfmeier kommt für Marinko Sorda ins Spiel. Ja, gleich darauf dann der nächste Wechsel. Windhager plagen Krämpfe. Für ihn kommt Josef Akbara. Schiedermeyer versucht's hier selber. Auf der anderen Seite. Da beschwert sich Matthias Theiner. Der hätte viel Platz gehabt zum Schießen. Naja, sei's drum. Weiter läuft die Partie. Zottl wird zu Fall gebracht. Ganz klare Sache. Freistoß. Schiedermeyer tritt an. Abgefälscht. Streicht hier. Gefährlich. Am Tor vorbei. Eckball. Und die nächste Möglichkeit. Joey Zottl. Ganz knapp. Bei den Eingewechselten drücken im Spiel sofort ihren Stempel auf. Weiter Abschlag. Und Tiroler schon vor dem Austria-Kasten. Meine Herren. Da ist durchatmen. Raphael Kogler. Schon in der Nachspielzeit. Taucht hier ganz gefährlich vor Kalman auf. Gut, aber vielleicht kann die Austria hier ja noch was machen. Der Ball landet bei Volkert. Er zieht sofort in Richtung Strafraum. Lässt einen. Lässt zwei Gegenspieler stehen. Flanke. Schweighofer am näheren Tor vorbei. Na ja. Passiert ihm nicht häufig. Und glücklicherweise bleibt's in Max-Klan. Beim 1 zu 0. Imst spielt 1 zu 1 in Thornbirn. Der Austria ist wieder näher herangerückt. Ja, ich glaube es war ein schweres Spiel heute gegen einen Aufsteiger, der kompakt war. Aber die Bodenverhältnisse waren jetzt auch nicht gerade die besten heute. Es sind viele Bälle versprungen und die Passqualität hat nicht so gepasst heute. Aber trotzdem haben wir 1 zu 0 gewonnen und die Null steht. Und drei Punkte haben wir auch geholt. Torschütze, Goldtorschütze, muss man am heutigen Tag sagen, zum 1 zu 0. Danach haben wir uns ein bisschen schwer getan. Woran ist das gelegen? Ja, zuerst freut mich für das Tor. Ich glaube, der Platz war auch recht schwer zu bespielen, sehr tief. Aber ja, wir haben drei Punkte geholt und das ist wichtig. Wichtiger 1 zu 0 Sieg. Ja, und mehr gibt es gar nicht zu sagen. Drei wichtige Punkte. Ich habe gerade gehört, Imst hat 1 zu 1 gespielt. Wir sind auf einem Punkt wieder dran und das war am heutigen Tag einmal das Wichtigste. Wir haben uns nach dem 1 zu 0 ein bisschen schwer getan, einige Chancen ausgelassen. Liegt das nur an den Bodenverhältnissen, die heute sicher nicht ganz optimal waren? Ja, die Bodenverhältnisse. Wir haben Herbst. Es hat viel geregnet, dass die Standfestigkeit auf dem Boden nicht optimal ist. Ja, aber am Ende des Tages, glaube ich, wissen wir alle miteinander selber, dass wir keine Glanzleistung gebracht haben. Aber ich glaube, das war das erste wirklich nicht so gute Spiel über zwei Halbzeiten in dieser Saison. Und vielleicht ist auch das Spiel gegen Imst uns noch ein bisschen nachgehängt jetzt. Aber wichtig war, erst einmal sind wir zu den Torchancen gekommen, dass wir viele Dinge besser machen können. Ich glaube, das wissen wir auch alle, aber die Null ist gestanden. Wir haben einen dreckigen 1-0-Sieg feiern können und das ist einmal das Entscheidende. Danke. 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 Danke.